Wie einfach ihr jetzt meine Rezepte findet. Und zwar schaut ihr einfach im Menü unter Steffis Rezepte. Dann öffnen sich die Rezeptkarten, die ich entworfen habe, zu den unterschiedlichsten Kategorien. Dort sucht ihr die gewünschte Kategorie aus, wie zum Beispiel Kuchen, Torten und Gebäck. Und dann öffnen sich sämtliche Rezepte, die ihr darunter findet. Solltet ihr noch mehr suchen, einfach auf vorige Artikel klicken und dann findet ihr alles weitere. Viel Spaß dabei!